Ich bin einfach ein bisschen weitergegangen. Geht man einmal aufs Klo und schon... Nee, lass mal beamen, ich bin ganz schön weit gegangen. Mach beamen. In kurzen Zeit. Da musst du eine Glocke benutzen, ne? Welche? Da, die 14er Glocke, glaub ich. Sehr gut. So. Und jetzt werde ich mir meine wunderbaren Seelen... Ich hab nur eine von diesen Rückgängigkeitsdingern. Ach, guck mal. Jetzt... Ach, das kostet mich zwei. Jetzt, pass auf, großer Moment, Klerikerstufe zwei. Stark. Wow. Effektiv haben sie das inszeniert. Soll ich das gespürt haben? Dieser Treebaum hier, den sie hier von Final Fantasy und so vom Spherobot geklaut haben, ich bin da kein so großer Freund von. Weil letztendlich sieht es fancier aus, als es ist. Mhm. Weil du hast eigentlich immer nur Stärke, Willenskraft und Last. Ja. Und ab und zu mal so ein... Du kannst jetzt stärkere Waffen der gleichen Gattung benutzen, aber du schaltest dir auch keine geilen Skills hier irgendwie groß frei. Also wenn die Zaubersprüche oder sowas wie Double Jump oder so auch noch auf dem Spherobrett wären, wäre das wesentlich interessanter. So ist es halt irgendwie... Ob ich das Kamel jetzt hier aktiviere oder da oder... Vor allen Dingen, man muss sich halt echt fokussieren. Ich kann jetzt... Es macht eigentlich keinen Sinn, auf zwei Waffen zu gehen oder so, ne? Mhm. Ähm. Das heißt, ich entscheide mich dann die ganze Zeit, nur noch Äxte zu benutzen, weil es macht jetzt keinen Sinn, auch noch den Tree mit den Schwertern auszubauen. Da wäre man jetzt besser bedient gewesen, wenn man nur das auf Stärke und Geschicklichkeit trimpt und nicht noch auf Waffengattung. Weißt du, wie ich meine? Weil, ähm, so musst du Kleinschwert, Großschwert und so, muss alles extra hier in so einem Weg. Ja. Plus Rüstung, also es ist schon... Ich weiß nicht, wie ich suche... Ich muss jetzt mal ein paar Sachen verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, was geil ist und was scheiße. Das ist immer die gleiche Frage. Typ 46 Tor... Schnell, das klingt gut, aber... Ähm, was verkaufe ich denn jetzt mal? Vagianisches Kurzschwert. Mistgabel, da bringt aber auch nichts. Denn ich kaufe mir jetzt die mega geile Heilung. Weißt du, was ich mir jetzt kaufe? Kaufe mal. Ich kaufe mir jetzt gleich Bullenpeitsche. Brauche ich im Leben nicht. Eisentopf. Ich kriege da nichts für. Wenn ich jetzt 5000 Gold habe, hätte... Die können wir uns aber auch... Warum verkaufe ich eigentlich? Pass mal auf, ich habe einen geilen Plan und dann werde ich dich überraschen mit einem geilen... Mit einem geilen... Äh... Mit einem Wunder. Ne? Was ich kaufe. Aber dazu muss ich erst auf 5000 Gold kommen. Und dann wirst du sagen, das ist geil, das bringt uns weiter. So, hier lang. 5000 Gold. Das fehlt nicht mehr viel. Aber verkaufe doch was. Ja, es bringt nichts. Ich muss zu viel verkaufen und da kriege ich fast nichts für. Über den haben wir schon gesprochen. So, gehen wir jetzt rechts weiter oder um? Flucht den Dom. Erstmal wieder in die Höhle reinkommen. Aber da... Ja. Da haben wir noch nicht alles. Ja, das stimmt. Da war noch einiges. So, jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz hier... Ja, da war noch einiges an Gebiet. Ah. Och. Es gibt 770 Salz mit einem Schlag, ne? Und wie viel Gold? Noch! Das ist auch ein ganz interessanter Ausblick nach unten. Ich war so fixiert auf mein Gold. Ich will jetzt mal auch das machen. Ich jump jetzt mal runter und versuche direkt hier rechts die Kliffe zu erreichen. Was will ich meinen? Mhm. Nee. Die Idee war zugegebenermaßen, aber... Ich dachte, ich hätte da so einen Vorsprung gesehen. Aber ich habe mich solidarisch mit dir auch gekillt. Das war sehr nett. Aber was rennst du denn da auch wie so ein Bekloppte einfach durch? Ja, weil ich doch vergessen habe, dass dieser Todestrakt da noch zwischen uns liegt. Ja, aber das war doch genau das, wo wir gucken wollten. Da können wir aber auch links rum gehen. Wieso gehen wir überhaupt rechts rum? Das ist doch ein kompletter Durchgang. Ja, aber das geht doch viel schneller hier. Nee. Ja, na sicher. Ja, aber guck mal. Wenn wir jetzt anders gehen würden, haben wir ja diverse Sachen liegen lassen. Aber da ist ja... Hör doch mal auf mich. Du bist doch der Orientierungslose hier von uns. Das ist aber auch ein Gerücht, was bisher leider immer erhärtet wurde auch. Gebe ich zu. Und es ist komplett... Es ist jenseits von Rute und Röse. Hier, hier, hier. Aber hier waren wir noch. Unser Salz. Ach ja. Das ist ja auch so eine salzgeile Sau irgendwie. Ach, den hast du wieder vergessen. Das gibt es doch nicht. Sag mal, hast du überhaupt ein Kurzzeitgedächtnis oder was? Das kann... Man kann doch gar nicht so viel vergessen. Ach, Georg, sei ruhig. Und sowas sagt... Oh, du... Wie kann man doch... Wie kann man doch... Lass mal. Ach, toll. Ist das aber das, Scheiße? Kann man das rausschneiden? Oh Gott, wie pein. Oh, ja. Wie kann man... Wie kann man... War lauter dumm gequatschen. Wunderschön. Und ich komme immer mit jedem Mal wieder leben. Also, wiederbeleben. Komme ich von meinem 5000-Gold-Ziel weiter weg. Das war... Unfassbar schlecht. So. Oh Gott. Das war wirklich leider unfassbar schlecht. Sind denn da jetzt doch unsere Seelen? Sollen wir gucken? Ja, ich glaube schon. Warte, da kommt wieder der Typ. Ja, ja. Weißt ja Bescheid. Das hat uns trotzdem zweimal. Ein Soldatengedicht. Ach, guck mal. Da droppen die sogar. Jetzt langsam, langsam. Einer nach dem anderen. Der Erste, die Erste... Ja, okay. Also, ich hab meine Seelen. Ich auch. Und wir haben leider auch fast tot. Obwohl, naja, fast tot. So, aber jetzt will ich gerne nochmal hier gucken. Du zuerst. So, ist denn jetzt hier noch was für uns? Weil wenn man jetzt hier die Plattform runterspringt... Dann sterben wir. Ja? Ja, das war... Also, da wo du gestorben bist, das war auf der gleichen Höhe, war da unten eine Plattform. Ähm, warte. Und auch mit dem Double Jump ist hier nicht viel zu holen, ne? Ich würd's nicht riskieren. Nee, du kommst ja nicht so weit. Ja, komm, dann gehen wir wieder. Aber wir können... Wir haben ja in diesem Bereich noch nicht alles erforscht. Doch. Nein. Da haben wir noch ganz viele Wege. Na gut, dann gehen wir nochmal. Wieso... Guck mal, jetzt bin ich anvisiert. Guck mal, da hoch, ja. Ich hab's noch nicht ganz versch... Also, irgendwann wird man von den Boys, äh, so lästig... Anvisiert. Was ist denn hier? Hä, wieso hab ich den jetzt nicht getroffen? Ich hab aber gen... Also, ich hab das Gefühl, wenn man dieses Fadenkreuz hat, dann hast du eine gewisse Zeit, ne? Um irgendwie den... Den Erschaffer des Fadenkreuzes... Zu... Umzubringen. Und wenn er den Arm so ganz gehebt hat, dann... Dann holt er dich... Gehebt? Gehoben? Geht's? So, ne? Ja. Gehen wir hier oben weiter. Gut. Birianische... Vorsicht. Feuertopf. Das klingt nachher ein köstlicher Mahlzeit. Das geht. So, warte auf mich. Aber hier sind wir doch schon zusammen rübergegangen. Ja, genau. War dieses Item und sonst war hier nichts mehr. Aber unten... Nein, nein, da waren... Aber wir sind ja... Guck mal, ich... Nein. Okay. Wir sind ganz... Du wirst gleich sagen... Oh, Colin, das sind echt Schätze, die wir... Da war doch noch... Reichlich war da. Wo bist du da oben noch? Ich hab jetzt schon Angst vor jedem Schritt verfallen. Apropos fallen. Hier waren irgendwo fallen. Guck mal. Ja, mit den Schabo... Den hast du... Ja, der hat so geil... Pass mal auf. Die kann man geil kontern. Kann ich direkt einen Wiki-Eintrag machen? Geil kontern. Ihr wollt kontern lernen? Die Gegner mit der Sichel sind die geilsten. Da. Ich überlege gerade, für welchen Weg wir uns entschieden. Und hier waren wir ja noch nicht. Genau. Dann kontert er den mal da unten. Oder kontert er den nicht. Können wir auch. Also... Man muss ja nicht kontern, wenn es kein Vor... Oh ja. Lauf rein. Komm mal. Der haut die Dinge, weil sie ihn gehauen haben. Oh, das ist der doof. Das ist so gut. Das sind wieder klassische, traditionelle Geschicklichkeitsübungen. Geheimnis für links. Oh, der ist aber wirklich... Also man sieht ja, da unten ist ein Item. Oh, wie kommen wir jetzt? Vielleicht müssen wir eine Etage höher als nächstes machen. Was gab es hier? Illusory? Illusory? Weiß ich nicht. Ich habe keine Erinnerung mehr. Das ist so lange her, dass wir die letzte gefunden haben. Um genau zu sein, wie... Niemand erinnert sich dran. So. Okay. Okay. Ich mache auf jeden Fall ohne Item. Bist du gerollt da, ne? Naja, muss halt auch nichts. Die fallen doch scheiße runter, die Dinger. Warte mal. Das kann doch nicht sein. Ach so, die sind völlig anders getimt. Alles klar. Schöne Giftbolzen. Ich habe jetzt übrigens alle Seelen. Also die Seelenlänge, die ich brauchte, für die Überraschung, die ich ihr versprochen hatte. Wie gehst du denn jetzt? Ich muss ja einfach erstmal töten. Soll ich wieder zu dir hochkommen? Ich würde gerne mal hier erstmal links. Weil da war die Geheimtür. Verkohlte Puppe. Da unten ist ihr Kontermeister. Und noch ein paar von seinen schlecht gelaufenen Freunden. Oh. Huch. Ja, schnell. Hey, schnell weg! Heil dich! Ei, 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 ei. Warum bin ich denn tot? Weil du dich nicht geheilt hast. Komm, 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 meine Freunde. So. Jetzt ist der eine tot und jetzt passt mal auf. So, was ich meinen. Stark. So, nochmal. Ah! Die sind sehr... Aber... Da war die Geheimtür. Da hieß es zumindest Tür öffnen gerade. Follow me. Und wenn ich jetzt diesen... Da kommst du nicht dran, ne? Ich glaube nicht, das Problem ist. Ich glaube, ich... Gibt das irgendeinen Sinn jetzt? Wenn wir jetzt zu zweit wären, könnte man jetzt sagen. Von oben hinkommen. Ich glaube jetzt nämlich auch. Da kann ich mich nicht dranhängen. Oder glaubst du, ich kann mich da dranhängen? Sieht leider so aus, als ob ich danach in den Tod stürze. Ich sag, das geht nicht. Naja, das geht auch nicht. Ich komme, ich hole dich eben schnell wieder. Wie denn? Indem ich eine Glocke benutze. Ganz schön weiter Weg dann wieder. Ah, aber es lohnt sich. Weil ich kann jetzt endlich das kaufen, was ich wollte. Ah, das ist die wahre Motivation. Nein! Das ist ein Nebeneffekt. Das ist nur bei der Rettung... Ach, guck mal, wieso habe ich meine Seelen wieder? Weil ich dein Seelentier gestorben und getötet habe. Ich habe dein Seelentier gestorben. So, jetzt erlernen wir nämlich hier einmal. Reinigen, Klasse 2. Das ist schon mal gut. Und jetzt? Ach, jetzt habe ich nicht draufge... Ich bin zu dumm. Das hätte aber eh nicht gereicht. Egal. Seelen Sack. Ein, andere. Seelen Sack. Baum der Fähigkeit. Ach, oh Gott. Ich bin nicht gleich... Gerdes Fels. Gerdes Fels. Guck mal hier. Aufsteigen. Hä? Wieso hat es ge... Achso, du hast das... Baum der Fähigkeit. Gerdes Fels. Stufe 1 hier. Egal Quatsch. Was genau bringt mir denn... Da habe ich schon Stufe... Zwei Großwaffenkämpfer. Ich bin der Großwaffenkämpfer. Dann könnte man die natürlich hier auf Stufe... Drei. Das ergibt aber Sinn. Was ist denn der sinnvollste Sack, den man versalzen kann? Hast du das schon rausbekommen? Also, was der stärkste ist? Ich habe so viele, unfassbar viele Säcke dabei. Einen großen Sack zum Beispiel. Ich habe da noch zwei. Wieso kann ich... Ach, da brauche ich drei mittlerweile für. Ach, das ist ja auch frech mittlerweile. Was soll der Salzgeiz? Stufe 2 Schwerter. Ich glaube, das ist dann für mich... Du gehst doch wieder gar geheime Wege. Stufe 2 Schwerter ist jetzt nicht uninteressant. Ich könnte jetzt aber hier nochmal... Wenn ich auf Stärke... Hauen wir noch so einen geilen Trank. Wobei ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der Waffe. Dann gibt es da für mich keinen Grund, in andere Richtungen zu gehen. Was ist das? Stufe 3. Ich bin unterlegen. Stärke oder... Boah, so weit bin ich ja noch nicht. Was soll ich mit dem Pack-Esel? Andererseits... Ach, komm. Aber ich brauche einen Pack-Esel. Das kommt ja nicht zu Stufe 3 auf Dauer. Guck ich auf. Obwohl, ich gehe auf Waffen. Und wir haben eine super hohe Drop-Rate jetzt übrigens. Möchte ich es einmal kurz sagen. Drop-It. Drop-It like it's hard, sozusagen. Drop-Rate it's like... Wollen wir jetzt mal nach links gehen? Ähm, ja. Weil da kommen wir da ja auch hinterher. Ja, nee, ist ja richtig. 100.000. Kann man ja auch mal machen. Kann man. Ja, sogar schneller. Ja, hier unten. Mhm. Käpt'n Kackball! Hä? Wo bin ich? Ach, da. Hau ist aber richtig schön auf die Schnauze. Äh... Und rechts geht's auch noch runter, ne? War auch noch ein Weg. So, das war diese... Da war diese Feuerfalle von dich. So, mach, zeig mal, was du gelernt hast in der Konterschule. Ich mach das lieber mit hoher Gewalt. Uah! Ja, aber du bist fast tot. Ja, der haut ganz schön rein, der Typ, wenn er erst mal trifft. Ähm, rechts, glaub ich, kommen wir her. Aber links hat er noch nicht geschaut. Hier ist jetzt Boss. Oh, oh, oh. Item, Shortcard. Oh, und Falle. So, weißt du, was hier jetzt ist? Ich sage, das ist der Durchgang. Welches Item hast du denn jetzt Feuerball aufgenommen? Ja, ich bin so aufgeregt gewesen wegen des Hebels. Ich glaube nämlich, wenn wir jetzt hier weitergehen, das ist der Zugang, wo wir ganz am Anfang der Sendung... Ja, ja, alles klar. Hier brauchen wir nicht weiter. So, pass mal auf, ich tue uns beiden jetzt was Gutes. Es wird ein bisschen geflickt. Oh, du standst leider nicht mal im Radius. Komm, komm her, komm. Warte mal, bleib stehen. Wieso ist denn... Ach, der ist ja... Alles klar. Heil mich. Guck mal, wie gut ich bin. Aber hast du jetzt irgendeinen neuen geilen Zauberstuhl? Hast du ja immer noch nur Flicken? Nein, aber ich habe einen stärkeren Flicken. Das hat immer noch nicht gereicht. Das war noch zu wenig. Da sind wir hergegangen. Hier, hier kommen wir... Ja. Äh, ja, ja. Hier waren die... Ne, doch. Egal, sagen wir mal, das war so. Hier war die Geheimtür. Und hier sind wir... Ach, genau. Ja, genau. Halt, ich sterb. Alter, du blöder. Ah, das war... Klick mich mal einmal kurz. Geil. so geil. Geil. Der hat einen Heeper. Ich muss den ja Neid lassen. Ähm. Links warst du gestorben, ne? Boah, dieser verkackten Flederrotzen, ey. Das sind mit die schlimmsten Feinde, übrigens. So, ich hab da oben das Album geholt. Das war ein Steinführer. Sehr gut. Jetzt hier rechts runter? Ja, weil links war das Item, ne? Links bin ich gestorben. Genau, da ging es dann aber bestimmt auch noch nicht weiter. Oh, das sieht aber langsam her nach. So eine gewisse Boss. Ah, ja, genau. Ach, da war dieser Umweg. Das ist natürlich die Frage. Nein, was hat denn der für eine Reichweite? Achtung, von rechts kommt einer. Komm mal her, mein Freund. Mit Ankündigung. Jetzt ist die Frage, ob einer von uns... Vielleicht reicht das doch. Wie weit kann man da an die Kante? Eigentlich ist das bescheuert, weil sonst käme man von der anderen... Das muss doch... Ich hab da ein Geräusch noch in den Ohren. Dieses, hm, gute Idee. Aber... Also, gleich spielen wir eben. Ja, dann versuch's doch jetzt. Aber das sind wir... Aber es klappt nicht, ne? Da sind schon wieder so viele Seelen. Ja, aber es klappt doch immer viele Seelen. Komm, ich hol dich... Ich glaube auch, dass es nicht klappt. Ja, aber wir werden's nie wissen, wenn wir's nicht versuchen. Wie willst du denn sonst da hinkommen? Ich werd dir gleich sagen, wir werden's machen. So, ich hab'n Plan. Bei 5000 Gold. Dann wird er dir aufgehen gleich. Dann willst du wie Schuppen aus den Haaren fallen. Und du willst sagen, stimmt, Colin, das ist genial. Das hat sich gelohnt. Und dann krieg ich nämlich einen Zauber, der uns diese Experimente nicht mehr ganz so kostspielig macht. Aha. Bist neugierig, ne? Oder du hast doch schon gelunzt bei einer Gebetsfrau. Okay. Also 1000 Gold bräuchte ich jetzt. Du kannst dich... Du hast 7000 Seelen, ne? Du kannst auch Level Up. Oh, Level Up und ich im Skill-Menü, genau. Das ist übrigens immer noch der schlimmste Orgum, den Trant oder irgendein anderer Mensch hier. Loot und Levels. Ja. Muss drin sein in dem Spiel. Das ist auch genial. Es gibt's nicht schön zu reden. Loot und Level. Das muss drin sein. Das gehört einfach dazu. Die meisten Spiele ohne sind für mich nur feuchter Schmur. Weisheit. Was bringt das mit der ganzen Weisheit, wenn ich das auch in den Esel investieren kann? Aber nee, was soll mit der Zähigkeit? Wir müssen doch besser... ...maximale Ausdauer. Ausdauer ist echt ein guter Wert, hab ich den Eindruck. Da oben ist wieder Captain Clown. Jetzt hab ich hier gar nicht drauf geachtet, weil ich in meinem Ding-Menü gerade war. Huch. Wir kommen nur da weg. Wo bist denn jetzt hergegangen eigentlich? Lang... Ich bin da rechts lang gegangen. Oh. Oh. Hier sind wir doch hergekommen, oder nicht? Ja, du musst hier den Monolith... Monolo... Monolo... Obelisken. Aber hier sind wir doch ganz am Anfang hergekommen. Aber wir waren noch nicht hier. Wir wollen ja hier lang. Ach so, jetzt verstehe ich. Stimmt. Das hat ja... Nice. Dann... ...können wir nämlich doch hier... ...überlegen... Das kommt mir alles aber sehr bekannt vor. Ja, okay. Captain Katzenkämmer hier. Schaut uns an, wohin wir gehen. Einem Schwert im Verkauf. Ein Sellshorn. Wahrscheinlich auf Englisch. Wie gerne hätte ich das... Wie gerne hätte ich das wirklich als Original gehört. Also in der Urübersetzung. Was hat er denn jetzt gesagt? Ja, wieder so ein Gedicht, ne? In voller Insel voll gemeiner Dinge. Gebrochene Länder und Könige. Herrscher über Länder. Bar beherzigt die Weisheit von diesem Narr. Narr. Das war's. Jetzt wiederholt er sich. Also... Sonst ist hier nix? Wir kommen denn hier wieder... Achso, muss er runterfallen? Nö. Vielleicht müssen wir ihn... Das ist wieder so ein NPC, den wir... Das sieht auch komisch aus, ja. Ja, das war eine Tür, ne? Nicht. Gut. Aber... Ah ja. Jetzt? Jetzt können wir wieder den... Runtergehen-Weg machen. Genau. Würde ich das auch machen. Oh, und Gold. Gold, wie das auf meinem Konto geht, ist schon fast kriminell. Wir können gleich... Okay, ich hab jetzt wirklich sofort 5000 Gold. Dann lass uns das wirklich eben investieren in den Spruch und dann machen wir diese Kack-Sprungstelle. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir daran... So. Auf geht's zum... Punkt. Geh doch. Ich mach hier noch... Warte mal, war der... Der war hier unten, ne? Ja. Do it. Geh doch. Was machst du denn jetzt? Ging's da nicht her? Nee, wir kommen doch von oben. Ja, aber der... Ich will... Ich kann doch die Glocke nutzen. Der, der, der... Ich will jetzt zurück zum Hauptquartier. Dann müssen wir hier her. Nee. Nicht? Doch. Hm? Nein. Ich folge dir. Du hättest oben lang gehen müssen. Ach, das waren die Aufzüge, die nicht gehen. Nimm ne Glocke. Komm, scheiß der Hund drauf. So. Glocke, Leute. So, und jetzt kaufe ich mir nämlich die Möglichkeit, dich im Falle eines Bildschirmtodes wieder zu beleben. Hm? Und dann können wir nämlich jetzt gleich mal... Das ist ja ganz nett. Das finde ich nämlich auch gar nicht so schlecht. Ja, aus der Mannschaft ziehendig. So. So. Und jetzt habe ich den. Jetzt muss ich den nur noch ins... Inventar stecken. Ich werde ihn jetzt aber austauschen. Nix, Ding. Was ist denn? Also das Licht ist der größte Haufen Scheiße, der jemals für Geld... Das war ja schon dieses Item, was ich gekauft habe, das Licht bringen, das war auch schon scheiße. Oh, ich habe jetzt halt viel mehr Möglichkeiten plötzlich bekommen. Oh, ich habe... Oh, ich habe offensiv Zauber, die ich noch nicht nutzen kann. Das ist schön. Guck mal, wieso sieht denn das bei mir so weiß aus, hier rechts? Ich könnte jetzt lang was erzählen. Geistvolle Wundsorge. Das lindert Wunden. Ja, das habe ich doch schon. Wo ist der Unterschied? Das ist stärker. Ach so. Dann will ich den Scheißflicken austauschen gegen geistvolle Wundsorge. Würde ich sagen. Ich habe stärkeres Heilen jetzt übrigens. Und ich habe gesegnete Waffe. Das ist auch vielleicht gut. Ich kann das Holy Damage reinbauen, tun. So, das ist schön. Dann können wir aber eigentlich auch noch Reinige reinpacken. Reicht schon wieder. Ja, reicht es denn schon wieder. Ja. Da will ich hin, da komme ich aber noch nicht hin. Das heißt am besten nämlich Käpt'n Esel. Ja, komm, das ist der kürzere Weg. Ich bin nämlich perfekt ausgestattet. Also wirklich richtig gut jetzt. Mit Zaubern, die uns beiden Freude machen werden. Wieso habe ich denn jetzt ausrüstungstechnisch so... Ach so, weil ich die Waffe nicht in der Hand habe. Das macht nur noch mal ein bisschen. Ich bin fertig. Wir können glaube ich jetzt auch einfach mal schon mal in die Werbung gehen. Wir sind aber ganz frech und tollkühn hier. Da hat der Eddie noch ein bisschen seine Werte überprüft. Machen wir einfach schon mal eine kleine Klitzekleine Pause. Und dann sind wir noch mal da. Wir kommen noch mal wieder. Einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch. Wunderbar. Und dann werden wir mal gucken, ob das gelernte Gebet uns vielleicht gleich bei der Sprungpassage hilft. Oder sonst wo. Bis gleich.